10 Sekunden Mann, ja, Mann, Mühlchen 5 Sekunden remaining Mal gucken, was wir diesmal haben Das letzte Mal lief wieder mal nicht so gut 10 Sekunden Okay, touch 5 Sekunden remaining 5 Sekunden remaining Wow 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 Das ist so unglaublich Ich wünsche Support Theoretisch Maiden Gipfel Mana Anti-Mage eigentlich ganz gut Ist aber auch wieder zu viel Carry Klinks Sky Es sind ein Turnier Ja, ja, auch ziemlich weich Er sua Ziemlich weich IchX 2 Das war's. Ähm, nicht, dass ich da noch in die Mitte muss. Hm. 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 Schade auf Feind, Matt. Könnte tatsächlich am Anfang eine ganz gute Sache sein. Hey, wake up. Better to run, than curse the road. Indeed. 30 Sekunden zur Kampf. I swear it. Hey, shit. Dang it. Ich könnte Pech haben. Und die haben hier ein Wort aufgestellt. Und wir sind klar für zu gehen. Und Ello, true. The arrow of war is loose. First blood! First blood. I'm on fire! Yes! Certainly! Straight as an arrow! Hm. Yes! None quicker! Certainly! Missing bottom! Dang it. Hey, Enchantress! We need a courier. Dang it! Dang it! Bullseye! For the Hovenlands! Where to? Are you like to battle? No! All. My! Ha 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 ha! Set you alight! What the? For satisfaction! Gurt my bones! Yes! Sisters! Renato, warm your hands by my fire! Hmph! 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 Your missile telehealth is still alive! Hide from the mails group! On target! Hmph! Hmph! Ausland! In the edge! Nooo! Nein, ist gar nicht so einfach. Get to run! Dangerous Arrows! Komisch, dass ich dem so gut wie er stehen kann. Whizia. Okay, wir haben einen Kurier. Scheiße, ist das jetzt euer Ernst? Wenn ich mich jetzt zeige, bin ich am Arsch. Ich denke, das geht mir um. Quickfire. Let's fly. Unlucky find. Achilles, Free! Notarm, das ist geil, schön, okay, das war nicht schlecht, na, das darf ich nicht mehr. Yes, yes, where to, certainly, yes, Notarm, schön, wurde aber auch gerade wieder beendet, Ach so, ja, das liegt an meinem Bildschirm, der ist jetzt in einem anderen Format, deswegen. Ich bin natürlich arschlangsam, sag mal bitte, dass er nicht die... Ne, krieg ich nicht, wo ist Shadowfind? Ich wusste es doch. Ja. Ja. Warte ab. Warte ab. Warte ab. Ja. 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 Ich warte meine Anbel in deinem Blut. Was ist das denn für ein Schaltspiel hier? Was ist das für dich? Nicht für dich. Schraubiger, dein Leben ist meine. Warte zu gehen, dann kurs die Straße. Was ist das für dich? Was ist das für dich? Was ist das für dich? Wenn die Beacon rauskommt. Ich schreie meine Weg. Ich schreie meine Weg. Ich schreie mich. Ich schreie mich. Ich schreie mich. Ich schreie mich. Ja, was ich mache, ich habe keine Chance. Ich meine, schön, dass ich den Kill auf ihn bekommen habe. Aber... Yes. Warte. Ah, scheiße. Yes. Ich brauche einfach einen Silence, bevor ich irgendwas machen kann. Das ist echt... Nicht nur. Was ist der denn? Und ich bin tot. I end your life, that's something good to make you do. Drei Mann mit und... Weißt du, da können die sich absprechen. Aber nicht... Wenn es darum geht, irgendwas zu machen. Ich hätte doch viel früher dran sein können, wenn ich oben geblieben wäre. Auch ärgerlich. Aber mein Fehler... Was ist das? Was ist das? Mist. Ich hab's vergessen. Jetzt bin ich am Arsch und Shadowfeind kommt. Ich kann nichts machen. Dank euch. Ich... Maiden könnte ich vielleicht kriegen. Nicht mich. Komm her. Bitte lass mich Maiden kriegen. Fuck. Ah, Mann. Ah, ich krieg noch Anfälle. Die sind alle Level 7. Hm. Hm. Uh, did you notice they're attacking your bottom tower? You're heading for dead water. Your bottom tower is under attack. Help your bottom tower. your skull will be a gold. I'll be a gold. I'll be a gold. I'll be a light to battle. Uh, did you notice they're attacking your bottom tower? Seeing a shanty for the enemy's top tower. We're heading to the top tower. Sky is tall. Wunderbar. Yes. Straight as an arrow. Mega kill. Okay, die Animation ist gefehlt. Ich hab noch nicht mal Boots. Okay, hat kein Wort hingestellt. Ist schon mal gut. Das ist nicht so schön. Ihr mittelstück hat Feuer. Radiant, Fertifizierung kann sie schützen. Oh, please. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Unstoppable. Ein Towerhammer. Der ist leicht angekratzt. Der noch überhaupt nicht. Und ich war klingens auf der Mitte. Schön. Das geilste Match habe ich überhaupt gegeben. Ich krieg nichts gebacken. Nichts. Obwohl wir mehr Kinks haben. Ich weiß nicht, zu wem das alles marschiert. Aber... Wacken sick! Insettlich. Indeed. Yes. Your middle tower is taking a dropping. They will burn. Dang it. I fire my arrow. Hätten wir den vorher gehabt. Und ich bin doch schön. Und ich will die. Wir sind nicht zu weinen. Oh. Oh shit. Ich will nicht mehr. 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 Also, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Und ich bin am Arsch Interessant mit Mask of Madness Aber Wenn ich jetzt Endlich mal entsprechend an meine Gegenstände Komm, hier würde Theoretisch Dann Könnte ich eventuell auch Irgendwas machen, aber Naja Solange ich meinen Scheiß nicht beisammen habe Und Wie war es da? Schön Das heißt, ich werde mich in den Jungle stellen Okay, Resistance Your flesh is weak Got you Ich kann nicht mitmachen Ich habe Fünf Pfeile und die kriege ich in der Zeit nicht los Tja What the heck Keine Vision oder sonst was Und dann Denk jetzt Oh, er hat schon ein Shadowblade Wie kann ich das denn hängen? Ach ja Ich hatte ja keine Chance gegen ihn Ah, Scheiße Ist das jetzt dein Ernst? Es Da hätte ich auch genauso gut wegbleiben können Und der Kurier ist tot Noch besser Mal sehen, wer das Spiel hat es verlässt Vergiss es Vergiss es Okay, sagen wir was jetzt Unsichtbar Oh Nein Fuck Unglaublich Radiant fortified Der Derminat Attack The heroes I Swear it Better to run Than curse the road Ich weiß nicht Ich kann hier was hin Hm Tatsächlich Vielleicht schaffen die das Yes Light my way Oh, ich müsste es nochmal umstellen Wäre vielleicht nochmal eine gute Idee Point the way The human lands Yes Gold God Dieser Hosen Ich hasse es Ich hasse es Ich hasse es oh shit jetzt kann ich jetzt wieder ein bisschen mana regen reinhaben das problem ist jetzt nur aber jetzt könnte weaver direkt hinter mir auftauchen nicht dass ich das irgendwie vermuten würde wenn ich nur mein silence schon hatte ok maiden ist raus weiber das spiel aufgegeben und ich habe schon Die Feuerwehr ist unter attack! Certainly! Your cost power has fallen! And we're underway! Better to run, than curse the road! Hot damn! I alight to battle! Und die Frage, wo Shadowfiend jetzt hin ist? Ich würde mal vermuten eher... Warum hab ich eigentlich nicht wieder mal meinen Kurier nicht bekommen? Der Chantress ist raus! War das Spiel aufgegeben? Schon wieder? Ja! Oh, nochmal weg von denen! So nett! Ah! Schade! Der Troll immer ganz gut! Weaver? Ja! 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 Okay, er hat sich selbst hochgeblinkt! Ich mach mich mal unsichtbar in die Base zurück! Sicher ist sicher! Ja! Was ist das überhaupt? 875... Woher zu? Und... Der Arsch nimmt sich einfach den Brunnen! Wunderbar! Oh! Entschuldigung, was ist raus? Okay! Jemand scheint ihre Items verkauft zu haben! Jemand scheint ihre Items verkauft zu haben! Okay... Wenn ich soweit bin... Kann ich endlich anfangen... Ja, Leute! So richtig umbringen! Am besten ich halt auf einen... Der wird... Am besten wäre jetzt... Sky oder... Maiden... Oh shit! Ich brauche erst noch mein Zeug, sonst ähm... Nein! 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 Ah... Scheiße, mein Rezept! Nein! Ich wette... Er hat keinen Gem gehabt! Er hatte keinen Gem dabei... Definitiv! Einfach nur wild gefeuert... ...und ich bin gerade weggelaufen! Das, was man bei Shadow Fight nicht machen darf! Ich wusste erst... Ne... einfach abhauen sollen. Einfach weg. Scheiße. Nein, gut. Ich spiele mir 4 gegen 3. Das Problem ist, wenn die tatsächlich dann auch noch die Items verkauft haben. Oh, die Weaver ist tot. Die haben die Weaver gekriegt. Oh, scheiße. Level 20. Nein, danke. Nicht alle mein Rezept. Oh. Ganz vergessen, ich hätte ihn auffüttern können. Hätte mir ein bisschen was gespart. Ich spiele es. Ja. 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 Oh, der ist ja nicht der einzige, der mit den Ketten rasseln kann. Na, endlich. Ja, endlich. Endlich. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich jeden kriegen. Naja gut, nicht jeden, aber... Irgendwie müssen wir mal Ich fange mal den Kurier ab, dass ich da nicht wieder das Problem habe, dass er mir geklaut wird. Müsste ja ausreichen, wenn ich hier die zweite Wave pushe. Oder nicht? Okay, Weaver ist da. Ich würde es gerade mal... Okay. Okay. Und... Okay, das war knapp. Das war knapp. Das war sehr knapp. Bis der schon eine Lincolns hat. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hätte vorher mal gucken sollen. Oder vielleicht mal... Er wäre vielleicht mal hilfreich gewesen. Wo ist der denn hin? Ist der ungesperrt? Das war knapp. Okay. Okay. Das ist Bloodthorn. Ah, du... Ah, du... Ah, scheiße. Dang it! Entsch... Stand in. Ah, scheiße. Ach, nein. Regen. Hela. Es ist... Oh, das ist... Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Shredderfeind wird auch irgendwo da sein. What the heck? Oh. Oh. Okay. Wenn ich einen allein erwischen könnte. Wenn ich mir sicher wäre, dass einer allein ist. Lass sie das raus, scheiße. Oh, das ist nicht gut. Oh. Ich bin ein. Wicked City. Double kill. Did you notice they're attacking your bottom tower? They're trying to break your middle tower. Oh. 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 Your middle tower is taking a drubbing. Do you like sucking Bilgewater? Your middle tower just went hard over. Your middle barracks are under attack. Wieso kannst du um 8 Uhr, nee, um 9, um halb, um halb, um halb 8, wieso kannst du dann nur noch mit scheiß Russen spielen? They're trying to break your middle tower. Well. Your middle barracks have fallen. Where to? Morty. Late my way. Say goodbye to your bottom tower. Rise his. My dad. Well. Ich will nicht mehr loswerden. Ihr bottom barracks sind in den Ziegen. Sie sind loswerden! Ihr bottom barracks sind fallen. Man wie eine Ato. Ich fahre meine Arrows! Sicherlich! Weg weg! Ihr Mitteltower ist unter Attack! Ihr mittlerer Tor ist eine Drehung! Ich versuche es, Davies. Sie versuchen, deine mittleren Tor zu brechen. Skyers Courier hat sich getötet. Schau ihn in die Schuhe! Ich kann nichts gegen ihn machen. Da stehe ich auch wieder drauf da. Oh nein, ich kann es noch mal versuchen. Verteidigen kann ich es eh nicht. Das kannst du vergessen. Sie versuchen, deine mittleren Tor zu brechen. Sie versuchen, deine mittleren Tor zu brechen. Sie versuchen, deine mittleren Tor zu brechen. Sie kreiteln meine Weg. so knapp verdammt vielleicht funktioniert es hat 10.000 Das ist nicht so, wie du gewinnen! Befüge deinen Angell! Give your top tower a burial at Seed. Your top barrakes have fallen! Your top barrakes will snub down! The enemy now have mega creeps! Hmm. Straight as an anto. Your Angell is under attack! Monster kill! Godlike! Holy shit! Triple kill! Land hold! Radiant victory! This is so Zendors. This is so Zendors. 898 Gold! Zendors. Ok. The rail. This is so Zendors. wir waren gut so lange bis die aufgehört haben wieso wieso ich jedes Mal wieder wieso kriege ich jedes Mal, wenn ich die aufhören die sagen, ach ich hab keinen Bock mehr ich hab Furz quersteckt meine Mami hat zum Essen gerufen jedes Mal